Aggressiv in den Markt, rein, bam, bam, bam. Oder doch lieber die ruhige Art und Weise, ganz entspannt, eher überlegt, was ist der sinnvolle Ansatz, um die Märkte zu erobern und auf dem richtigen Weg zu sein. Das wollen wir uns angucken in der BNP Paribas Born Akademie, wie immer mittwochs abends, 18.30 Uhr. Diesmal zum Thema aggressiv oder eher etwas vorsichtiger in den Markt. Ich freue mich auf Sie, www.bornakademie.de. Ich freue mich auf Sie, auf Sie, auf Sie, auf Sie, auf Sie, auf Sie.